Ich habe ja immer damit gerechnet, dass es jetzt mal regnen sollte, seit gestern. Aber es kommt ja nichts. Und dann müssen wir jetzt nochmal zur Tat schreiten. Sonst werden die Radieschen nichts. Und hier vorne, das sind Ackelei, aber die kommen jetzt überhaupt noch nicht. Aber es lässt sich alles leicht wieder auskrupfen, wenn man es ändern möchte. Ja, die Ackelei, die lassen sich Zeit. Ich weiß auch gar nicht, was die so für eine Keimzeit haben, aber ich habe gedacht, vielleicht wird es noch brühen bis zum 9. Und hier vorne kommt ja auch was, ne? Spenden Sie Speckwursti! Kontonummer 160006441